I am the tree I am the standing in the dark Tja, wo bin ich hier wohl? Ich bin hier im Einspielraum Jetzt sieht man ein bisschen besser Denn den musste ich gestern Abend ausräumen Normalerweise stehen hier Schlagzeuge, Gitarrenverstärker und allerlei andere Dinge Mikrofone etc Das musste ich hier alles ausräumen Denn heute machen wir das Fotoshooting zum Album Dazu kommen gleich ein paar gute Freunde Und dann legen wir los Ich musste natürlich gestern Wie soll ich das am besten sagen Mich ein bisschen vom Schnitt trennen Weil ein, zwei Passagen waren dann doch noch nicht so Wie sie sein sollten Und manchmal bringt der Mut der Verzweiflung dann Spontan Beim Bearbeiten der Spuren Noch einen besseren Taker vor, wenn man nochmal loslegt Ich bin sehr müde Und ich bin sehr überarbeitet Aber das kriegen wir jetzt hin Vorbereitung fürs Fotoshooting Wie kann das aussehen? So, jetzt müssen wir jetzt den Spiegel rumgedrehen Ja Weil ich habe auch die Heizung reflektiert gesehen da drin Hello Alles dunkel Ein Fotoshooting aus der Perspektive eines Dingers Was sind denn das für Leute? Und ich bin sehr müde